Ich hatte eine wunderbare Idee. Und diese Idee, die hatte ich euch vor drei, vier Videos schon mal vorgestellt. Wer sie gesehen hat, kann sich vielleicht daran erinnern. Wer an nichts, ist auch nicht schlimm, dann erkläre ich sowieso jetzt gleich alles. Und damit recht herzlich willkommen bei Tränen Dreams. Jede Woche ist Freitag, 16 Uhr, bin ich für euch da. Und die Idee war folgende. Ich hatte oder habe ein Fahrler-Carsystem, wir sehen ja das Fahrzeug hier im Hintergrund. Und da hatte ich ein paar Videos zugebracht, wie ich das alles gebaut habe, wie ich Lösungen bereitgestellt habe oder mir erdacht habe oder auch mithilfe von euch erdacht habe, wie ich das Ganze optimal hinkriegen kann mit kleinen Radien, mit allem drum und dran. Und was mir noch gefehlt hat, also es fährt alles wunderbar. Ich habe keine Probleme. Es geht durch die engsten Radien durch. Guckt euch gerne die Videos an. Ich verlinke sie unterhalb dieses Videos. Und die Idee gehabt, dass ich doch ein Bremssystem hier entwickeln kann oder muss, müssen deswegen, da ich unter meiner Fahrbahn nichts anbringen kann. Das geht nicht, darunter ist haufenweise Elektronik und Elektrik verbaut. Aber trotzdem möchte ich gerne mein Fahrzeug anhalten lassen, stoppen lassen. Und zwar in dem Fall vor meinem Bahnhof. Und wir sehen es ja im Hintergrund schon. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, dass ich ja die Idee hatte, dass ich diesen Bus, der vor meinem Bahnhof stehen wird, das ist dieser Bus hier, der wird natürlich noch gealtert und bemalt, aber ist egal, dass ich diesen Bus nutzen möchte, um mein Fahrzeug an der richtigen Position zum Stehen zu bringen. Ja, da hatte ich ein bisschen rumgeknobelt und da habe ich mitten im Video die Idee gehabt, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich da einfach angefangen habe, irgendwas zu machen. Und dass ich da gesagt habe, Mensch, man könnte doch in den Bus ein Magnet einbauen. Und das war alles ein bisschen wild und spekulativ und unausgereift, völlig ohne Gedanken. Aber genau so habe ich es jetzt gelöst. Wir sehen es schon. Der Bus wird von unten geöffnet, damit ich in diesem Bus von unten einen Magneten einführen kann. Kommen wir gleich hin. Erstmal wird das Ganze, wie gesagt, unten aufgeschnitten. Das habe ich alles vermessen, dass die Größe hinkommt, dass die Position nachher stimmt und dann eben entsprechend das Loch dann bemaßt. Das sieht man jetzt hier. Also ich habe mir überlegt, wo muss der Magnet sitzen am Anfang? Wo bleibt denn der LKW stehen? Wenn der immer ein bisschen ausbricht, dann liegt es einfach da dran, dass ich ihn gerade nicht richtig auf die Spur setze. Beziehungsweise, dass er von dem Magnet, den ich daran halte, angezogen wird. Denn so ein Magnet wird das tatsächlich sein. Das ist ein Neodymmagnet. Und ihr seht schon, dass ich die Schablonen, die ich mir erdacht habe oder die ich mir ausgemessen habe, natürlich immer ein bisschen jetzt ausrichten muss. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, nach oben, nach unten, wie auch immer. So lange, bis das irgendwo passt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich, ja, das ist der LKW, der mal sein Rad verliert, was ich neulich geschrieben hatte. Ist egal. Und habe ich mir dann ausgemessen, 15 Millimeter, dann brauche ich 25 Millimeter Spiel nach hinten. Und als ich dann jetzt die richtige Position gefunden habe, probiere ich das jetzt aus, indem ich den Magneten jetzt leicht nach hinten verschiebe. Ihr habt es gerade gesehen. Und irgendwann fährt natürlich der LKW dann los, weil ich außerhalb des Rietkontaktes von dem LKW bin. Und ich habe es ja immer schon mal erwähnt in anderen Videos. Aber ich muss ja auch an die denken, die eben nur dieses Video hier schauen. Und habe das mir jetzt aufgezeichnet. Natürlich wurde das fixiert auf der Fahrbahn. Die Fahrbahn wird übrigens auch noch weiter gestaltet. Das kommt in einem der nächsten Videos. Und habe jetzt durch die Fahrbahn, durch die Platte, musste unterhalb natürlich schauen und ausmessen, dass da nicht gerade was verbaut ist. Wir werden es nachher noch sehen. Da sind unglaublich viele Bauelemente unten drunter. Aber an dieser Stelle ist halt nichts. Das war nicht so gewollt. Das war Zufall. Ich habe da so einen freien Platz damals gelassen, wo ich sagte, da kann noch ein bisschen Elektronik für die Häuser hin, für die Gebäude, dass die ihre Lichtwechsel haben und so weiter und so fort. Und diesen Platz konnte ich jetzt zum Glück nutzen, dass ich dieses Loch da durchbohren konnte. Und ihr habt gerade gesehen, ich stelle den LKW, also den Bus da oben drüber. Und habe jetzt das aufgeklebt da auf diesen Bambusstab. Das ist tatsächlich Bambus. Habe drei Löcher mir gebohrt, damit ich auch das Ganze in der Höhe ein bisschen verstellen kann. Und dann fixiere ich diese Bohrlöcher und auch oben stumpf am Holz immer mit Sekundenkleber. So, dass wenn es nachher dann benutzt wird, dass das nicht irgendwann ausreißt und sich spaltet oder wie auch immer. Ich habe das noch nicht gehabt, aber mache ich ja immer so. Deswegen vielleicht auch nicht. Dann brauchte ich eine Umlenkmöglichkeit. Da habe ich mich dann an mein 3D-Programm gesetzt und habe mir da was erdacht. Denke, so könnte es funktionieren, so eine kleine Halterung jetzt hier, da kommen Löcher an die Seite rein. Habe ich auch drei Löcher, wie man sieht, gemacht. Oder wie wir sehen, gemacht. Und damit ich auch flexibel bin, ja. Also ich kann jetzt dieses Holz verstellen. Ich kann es nach vorne und nach hinten, sodass ich später wirklich die optimale Position habe. Damit ich das Ganze dann so einstellen kann, dass es auch optimal irgendwo alles funktioniert. Und dieser Magnet sich so bewegt, wie er tatsächlich soll. Das lässt sich alles mit Theorie in Praxis. Ich meine, das Witzige an der Sache ist, ich konnte tatsächlich bei beiden die mittleren Löcher nachher benutzen, sodass ich die anderen hätte mir komplett sparen können. Ja, also was zum Einstellen war. Ich habe das so gut ausgemessen. Nee, Quatsch. Aber ich habe das doch so gut ausgemessen. Ich kann ja auch das beim Festmachen unten auch noch ein bisschen bewegen. Und ihr seht schon, so ist tatsächlich die Funktion, dass ich von unten das nachher ansteuern kann und der Magnet oben sich entsprechend bewegt. Da guckt er schon raus nach unzähligen Tests. Ja, ich musste ja gucken, klappt das alles wirklich. Ich habe das natürlich schwarz gemalt, wie immer, damit, wenn der in dem Bus drin ist, auch nicht zu sehen ist. Und dann habe ich von unten hier jetzt diesen Halter rangeklebt. Das Ganze habe ich sogar mit Weißlein gemacht. Das heißt, ich habe tatsächlich das Holz als Platte und habe dann meinen 3D-Druck da. Das ist das Beste, was du machen kannst. Also mir ist aufgefallen, das hält kein Sekundenkleber, das hält kein Uhu sowieso, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das für mich die beste Lösung irgendwo. Die nächste Lösung ist übrigens unten die Ansteuerung, was ich jetzt hier gerade mache. Das heißt, ich habe wieder mal ein kleines Hölzchen mir genommen und habe mir dann einen Kupferdraht zurecht gebogen, der nachher dann da reingreifen soll in die Löcher und habe mir den jetzt hier an dem Holz fixiert, so dass der schön fest ist. Habe das mit so einem Bindedraht da drum herum gewickelt. Das hat also sehr gut gehalten und mit dem Bindedraht, damit auch der sich nicht lösen kann. Das ist alles Quatsch, da löst sich nichts, aber ich bin halt so. Da habe ich da noch ein bisschen Sekundenkleber drauf gemacht, dann ist alles noch ein bisschen fester und alles noch ein bisschen für mich gedanklich zumindest sicherer irgendwo. Habe dann auf der anderen Seite auch noch drei Löcher reingebohrt und als Antrieb habe ich gewählt, einen weichen Antrieb, die ich auch teilweise verwende. Teilweise habe ich ja durch Servos ersetzt. Mein Gedanke war ursprünglich hier ein Servo zu verwenden, habe auch die Servosteuerung, alles da. Aber die kann ich auch genauso gut auf der anderen Modellbahnhälfte, die jetzt hier irgendwann mal angefangen wird mit Bauen auch verwenden. So habe ich kein Ding, sondern ich fand diesen weichen Antrieb einfach besser, weil ich auch gleichzeitig da meine Kontrolllichter drüber regeln kann. Das zeige ich übrigens in der nächsten Woche. In der nächsten Woche bringe ich euch nachher noch die Möglichkeiten, die ich habe in der Elektrik oder auch Elektronik, wie auch immer man das gerade bezeichnen will, was ich da einsetze. Und das kommt in der nächsten Woche noch mit rein. Das Video wäre sonst heute ein bisschen lang geworden. Und habe dann das entsprechend hier auch mit drei Löchern wieder, dass man es einstellen kann. Und als Stopper sieht man schon, habe ich so kleine Teile, das ist aus den Lüsterklemmen. Ja, da habe ich das jetzt Plastik entfernt. Und da habe ich mir dann diese kleinen Stopper. Das mache ich übrigens schon lange so, das habt kein Problem. Und das Ganze ist an dem weichen Motor, den ich da anbringe, ist das mit einem Federdraht. Das heißt, wo das da dran sitzt, das ist ein Federdraht, so dass eben der Motor, wenn der drüben auf Widerstand stößt, dann den Federdraht, den Federmechanismus auslöst und das Ganze entsprechend dann, naja, nicht so hart irgendwo dann gegenknallt oder sowas. Ja, hier kommt jetzt die sogenannte, also nicht die sogenannte eben angesprochene Lüsterklemme da noch mit rein. Ihr seht, ich habe da den Kupferdraht noch hängen, der als Achse dient, den ich jetzt gerade abkneife. Der wurde unten ein bisschen umgeboren, fertig, überhaupt kein Ding. Und jetzt sehen wir mal ganz kurz den Schwenk zu den anderen Motoren, die weiter oben sind, die tatsächlich meine Weichen antreiben. Ihr seht, ich habe das genauso gelöst mit den Stäbchen, da sind das noch flache. Und auch mit Abstandshülsen, die ich da reingebaut habe und, und, und. Und alles auch hier mit Federdräht. Das wollte ich bloß mal kurz zeigen, dass ich das da auch so gemacht habe. Also kein Neuland für mich. Und habe das dann entsprechend angebracht. Und ihr seht schon, es funktioniert ganz wunderprächtig. Und dann brauchte ich eine Steuerung. Und zwar kommt die bei mir an das Modul, an die Kante vorne mit ran. Wir werden es gleich sehen. Das kommt also nicht aufs Stellpool. Sondern alles, was auf dem Hauptmodul aufgebracht ist, bleibt auch auf dem Hauptmodul. Weil es wird ja lediglich das Hauptmodul mit einem 25-poligen Stecker versorgt. Das hätte ich euch schon mal gezeigt. Werde ich aber irgendwann in der Übersicht nochmal alles erklären, alles nochmal zeigen. Ich habe mich jetzt entschieden, oder beziehungsweise hier suche ich noch raus. Das war ursprünglich das, was ich machen wollte. Mit einem Taster, dann eine LED, eine rot-grüne LED, die beide farben kann. Habe aber durch diesen weichen Antrieb, den ich verwende, brauche ich zwei Taster. Da habe ich hier noch dieses Dingchen da. Das habe ich mir damals auf dem 3D-Drucker ausgedruckt. Überhaupt kein Problem. Da wird immer die LED hinten so reingesteckt. Das heißt, ich möchte die LED nicht sehen. Die leuchtet dann einfach durch dieses weiße Filament dann durch. Und dann kommen zwei Taster ran. Ich nehme immer weiße Taster, weil ich ja daneben, wer sich erinnert, auf meinem Stellpult oder auch auf der Blende vorne, immer die farbwechselnden LEDs habe. Das heißt, ich sehe immer, ob das Signal oder die Weiche grün oder rot anzeigt oder gesperrt oder frei anzeigt. Und hier bleibe ich natürlich ähnlich. Da gibt es ja sogar die Eins und die Null. Die Eins steht in dem Fall für LKW fahren. Null heißt LKW anhalten. Ist eigentlich eine ganz logische Geschichte irgendwo. Und konnte das natürlich, hier sehen wir übrigens die weichen Antriebe vorne und hinten. Ja, das ist halt da genauso gelöst. Nur, dass ich da halt ein Weichensymbol mir auf dem 3D-Drucker ausgedruckt habe. Und dann entsprechend die beiden Tasterchen, wie ich es jetzt hier auch anbringen werde, bar mit dran sind. Ja, und da ist halt der Platz. Und da ist es eine logische Stelle. Das heißt, es sieht auch ein bisschen anders aus wie diese Weichensteuerung. So, dass man das verbinden kann gedanklich, dass das ein, 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 der LKW sein sollte, wie auch immer. Aber das ist ja, naja, wer fährt das sonst groß als ich? Vielleicht mal irgendjemand, der mich besuchen kommt oder sowas. Den kann ich dazu sagen, das ist der LKW. Oder ich kann auch mal was dran schreiben oder ein Label dran drucken oder sowas. Ist ja egal. Da habe ich jetzt natürlich das Loch entsprechend da möglichst genau ausgearbeitet. Denn die Blende wird nicht verklebt, sondern ich habe das damals mir so entworfen, dass meine Taster tatsächlich in die weiße Blende oder hier vorne in die schwarz-grauen reingeschraubt werden kann leicht. Und sich der, der Taster sozusagen die Blende selber hält und alles in der Einheit bildet. Also ich brauchte da nichts verkleben oder sowas. Das hält jetzt Bomben, Bomben vielleicht vielleicht nicht. Das hält einfach fest, überhaupt kein Problem. Und da hinten sehen wir es. Ja, da sind die beiden Taster, die da durchgucken. Das ist bei den anderen auch so, wer kurz eben aufgepasst hat. Und hier sehen wir ja auch die ganze Elektrik jetzt unten drunter nochmal. Ihr seht schon, da kann man nicht einfach wild reinbohren. Das funktioniert nicht. Ja, hier sehen wir die beiden Taster. Da oben ist die Hülse, in die dann sozusagen die LED gesteckt wird. Werden wir wahrscheinlich gleich auch sehen, habe ich glaube aufgenommen. Und da kann man dann alles anbringen und alles mitarbeiten. Und das ist an sich eine wunderschöne Sache, sodass man dann eben gut, da ist sie jetzt drinnen, das gut verarbeiten kann. Ja, früher hatte ich mir da mal was erdacht, dass ich da feste, ach nein, das wird direkt in die Platte reingemacht und von hinten dann verarbeitet. Und wie gesagt, in der nächsten Folge zeige ich euch da, wie die ganze Elektrik dazu gelegt wird. Und die Steuerung, wie das alles gemacht wird, ist sozusagen ein Zweiteiler dieses Videos jetzt hier. Ich wäre eigentlich mal noch zwei, drei Bilder jetzt hier oder Videoschnipsel mit einblenden, wo man sehen kann, wie das dann funktioniert, wenn es nachher fertig ist, dass ihr vielleicht mal schon ein bisschen was seht. Weil ansonsten müsste man ja auf das nächste Video irgendwo warten und das wäre ja vielleicht auch langweilig. Und auf jeden Fall geht es halt mit diesem Ganzen weiter. Und da würde ich sagen, dann verbleibe ich erstmal für die Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Hier seht ihr schon, ich löte alles dann fest und mache alles an. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich freue mich auf den Fall. Schaut euch mal eins von diesen beiden Videos hier oben noch an. Das passt wie immer zum Thema, ist auch zum Car-System. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Freitag 16 Uhr wieder. Macht's schön gut, bis dahin. Tschüss, euer Uli.